guten tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge star wars jedi von order und jetzt hier mal auf den neuen pc aber ich glaube ich muss hier noch was umstehen so lichtschwert ist ja kaputt ja ja unser lichtschwert geht ja nicht mehr so ganz so gut aber ich muss hier noch was umstellen habe ich gerade gemerkt wo fahrers ich glaube ich mach das mal lieber aus ich weiß so unser lichtschwert ist ja kaputt jedes mal wirklich kaputt 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 kaka drücken wir mal auf m jede menge wege wieder rechts links geradeaus tempel das ist schon mal eine lustige sache kam ist eine gute sache moment ich muss noch mal ganz kurz etwas gucken sie vielleicht da spiel lautstärke lassen wir auf 80 dialog lassen wir vielleicht auf 100 und höre wenigsten watt ich glaube hier ist nichts oder ein todes graben aber da üben ist was das will ich ein schritt nach den anderen ich kann es noch aber es ist mindestens eine woche nicht mehr gespielt weil die versammlung ist gekommen ich bin einfach nicht dazugekommen neuen pc und so weiter und so fort ist ja klar dass sie ein bisschen naja gemacht aber so jetzt gehört es klappt und klappt in meiner tastatur ich kann nicht noch es ist mir aber ein rätsel ich hoffe dass ihr keinen weiteren kreaturen gibt weil wir haben ja momentan kein nicht schwer bin ich jetzt mal ein bisschen auf gespannt ja ein bisschen im schatten laufen die schatten richtig geiles deutsch da ist ja da auch keine mieter wird dass dahinten irgendwo nicht wohl noch liegt möglich wer sich nach der ober ja noch da hinten okay also müssen wir ziemlich weit in dem berg geht es ist glaube ich nur dass das sieht wie ein durchgang aus ist sie auch nicht einmal frei in den tod springen so mit hochklettern wahrscheinlich das sieht irgendwie so aus als ob wir da die pickel verwenden können die seite können wir nicht hinspielen hier kann ich nichts machen dann müssen wir wieder drauf was sagt die karte da hinten ist ein eingang sagt bin ich etwas blätter nach chibi 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 nichts ich glaube der meint schon dass du ja ich komme jetzt hoch mir ich bin auch so aber es hat außen kann man definitiv rumklettern wahrscheinlich kommen wir dann in der zweiten eben ja wenn man zu viel kugel kugel gemacht auch nicht immer gut ja jetzt können wir uns nämlich hier dran haken ok also habe ich schon mal vorgeguckt da hoch und dann ja okay also im prinzip war es ja richtig solange der halbe berg nicht einstürzt ist mir eigentlich alles egal müssen wir nach ganz oben oder gibt es hier noch was ich bin extra runde gesprungen weil ich will jetzt nicht dass ich jetzt hier nicht mal weiter kommen das gerne mal bd also dass ich hier direkt weiter kommen das möchte ich eigentlich jetzt nicht drei war das rein damit da geht es ja gleich weiter oder nicht ich schaue noch mal kurz ich bin mir doch noch weiter wo ich will ja nichts verpassen hier vielleicht kommen wir auch nicht ganz so hoch aber ich glaube schon schön nach oben ok hierdurch können wir nicht oder können wir wieder machen nee da brauchen wir wieder nicht schwer ok ok gut war gut dass sie hoch sind echo wahrnehmen ein großer jedi medizierte hier erkehrte an wichtige orte zurück und siniert über seine abenteuer und prüfungen welche jedi hatte den hut auf wirst du jetzt kein ok abflug sprung aber ein freitag ok und jetzt gut rück lässt da das war das und jetzt glaube ich ja aha habe ich wieder ein tricks gemacht ja ja ich bin echt arme ausgerissen aber so geht das noch alles klar er war früher wunderschön die wärme ist angenehm was ist denn das hier gut gemacht wenn wir den jetzt hier einstecken dann kann ich doch den da einfach drehen das wäre das einfachste kann ich einfach hier so hin machen kommen wir da üben wenigstens schon mal rein den da vorne können wir nur machen wenn wir die lichtstrahl da oben haben weil den kann ich nicht weiter drehen von dem her aha wow ok jetzt kommen wir wenigstens wieder hoch ok habe ich den aber jetzt festgemacht nein natürlich nicht weil der strahl noch mal kurz schauen nimm es hat einfach mit der hand der geht ja so gerade kann ich aber hier nirgends festmachen ok also kann ich den da abstüppeln so dann schwinge ich mal rüber so danke sehr kann ich ein bisschen verarschen nein will er nicht ey rennoli gibt's doch nicht so nach rechts nicht runterfallen sprung und jetzt fast runterfallen die da auch her wieder anschließen klick jetzt kommen wir auch rüber wenn sie jetzt nicht dann wandern wenn ich jetzt wandern dann ich glaube das sind dann auch die andere seite machen komme ich dahin mit der macht glück geht das wär jetzt eklig gewesen um morgen uns seconds auch optimal abflug aus was haben wir denn da unten ein echo oder ein speicherpunkt habe ich fähigkeiten was das ist gut reihe von angriffen ja das das sieht sehr souverän aus können wir jetzt ähnlichen testen kaputt ins kalte wasser echt jetzt kalt sein wie können wir noch mal tauchen ich habe vergessen ich habe dich das nicht vergessen war das schiff rechtsmaus ist ja nichts hier war es noch mal gut schauen hier okay dann ist ja recht angenehm hier unten eine truhe die ist lustig eine truhe die die karte kann ich unten ja nicht gucken wir müssen wir nach gefühl schwimmen ich schaue noch mal kurz nicht dass wir das vergessen haben sorry kommen wir von der seite jetzt kommt ja auch noch rum ich glaube von der seite sind wir jetzt gekommen ich glaube hier ist nichts weiter in der höhle aber das ist jetzt dann also ich glaube es gibt hier mehrere eingänge hier drei stück also einer in der wir reingekommen sind und zwei andere ok da waren wir mal hoch aus den resten unter wasser dringt hitze aber hier oben ist es eiskalt ja ich spüre ihn er ruft mich es ist nicht weit es ist die dunkle seite die die in ihren körperkristall nicht mehr er fällt sich so ähnlich wie du wir können auch einfach ein herstellen synthetisch an herstellen wir vielleicht einfacher hätten wir vielleicht sogar einen roten ich weiß nicht was ich würde es mal ausprobieren hier kommen wir nicht hier baut dann wieder nicht schwer es muss irgendwie das also weder müssen wir hier nicht durch ich bin ja aber ab dauerung hier sind wir nicht hergekommen gar keinen fall sind wir hergekommen alles durchschauend ich das hier kisten rumliegen das sieht doch schon mal viel besser aus hier durch das spüren wir sind fast draußen ich verspreche ja ja versprechend sind so eine sache mein freund und wir sind echt schon halbtot vorsichtig das coole ist wenn ich sobald ich aufhör zu drücken bleibt also wir stehen außer jetzt in der ganze okay dann halt ohne bd auch hier scheint es aber kalt zu sein schneller 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 hoch 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 es wird hell nein vertrauen ja frösterlich spürt selbst schon die kälte ja Der ist nicht rot, nimm ihn nicht. Nein. Nein, 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 nimm ein bisschen Sekundenkleber, dann wird es wieder schon. Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Das ist gut. Das ist gut, guck mal. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind weiter zu kämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Bist du sicher, dass du das willst? Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leib wohl. Alter Freund. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht, noch gibt's ne Chance. Es gibt immer ne Chance, komm schon. Okay. Interagieren. Was? Ah, es gibt jetzt mehrere Farben, okay. Gute Frage, was nehmen wir da jetzt? Ich denke mal, wir können es später eh wieder umändern. Nee. 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 Ich glaube, er nimmt das. Man könnte ja theoretisch nochmal einen Stein suchen, aber. Oder ein synthetisch noch herstellen, wäre ja alles möglich. Ich wäre immer noch für synthetisch. Ach, das geht schon. Kommt. Vielen Dank. Welen. Optimal. Okay. Ah, verstehe. immer nur so kurz ok aha jetzt geht's doch wieder aufwärts